servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas heute ist schweinachten hallo die waren schon wieder scheiße so dass ich mein intro nicht machen kann perfekt heute ist schweinachten wir machen einen kleinen christmas ride auf hometrails es hat aber die letzten zwei tage komplett geregnet dementsprechend slippery ist das ganze aber hat schon ziemlich bock gemacht für euch gibt es ein paar gopro clips ja genau ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video mit paar gopro clips und paar slippery trails und ich würde sagen es geht los habt ihr auch noch was zu sagen mehr als du möchte nicht mehr fahrrad fahren warum weil hier ist es kalt ok 12 grad hat es manövriert gar kein problem holger hast du auch noch was zu melden was fährst du eigentlich für ein rad kann ja gar nicht sein größer s ganz schlimm aber ja wir sehen uns bis dann viel spaß mit dem video ciao schönen nadelwald aber trotzdem echt slippery heute und ich kenne den trail nicht weiß nicht was lang geht hier ist noch nichts feigerechter sieht man gar nicht gescheit wo es lang geht wir sehen uns drinnen für ein video aber das hier da kannst du jetzt nicht rein fahren jetzt wird es richtig lustig so freunde Gimli on Bike vor uns Traktionsverlust in der Kurve 1 aber da kommt der Reifen direkt wieder in Kurve 2 da wird hier offshore gefahren und direkt wieder 1000 Watt aufs Pedal hier hier wird es aufgelassen ok Jockel pass auf wow fast im Stehen umgefallen schöne Grüße an Mike der da abgezogen hat wow dreck gefressen wow drop don't worry wow high line high line cool gratis qi joh you Danke, Simon. Einmal kurz die Pfütze lecker. Alter. Ich hab keine Hinterbremse gelohnt. Herrlich. Woh! Woh! Voll verfahren! Ja, genau. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Jetzt hat's angefangen zu regnen. So, weiter geht's. 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 Da war ne Wurzel. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, kalt ist's. Ja, kalt. Wie's mir geht, ja. Gut. Gut, gut, gut. Scheint der einzige Mensch zu sein hier in der Gegend, der nicht krank ist. Das ist richtig. Da haben sie allerdings recht. Ja, wir sind immer noch am Hochtreten. Wir sind immer noch am Hochtreten. Aber ihr habt zwischendrin jetzt ein paar GoPro-Clips gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder, während ich hier von hinten von Matze schikaniert wäre. So stellt man sich Hochtreten auf jeden Fall vor. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie immer. Und wir sehen uns dann wieder. Macht's sehr. Wenn man Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Perfekt. Macht's gut, haut rein, viel Spaß beim Radfahren. Ciao. Bis dann.